Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Ich zeige euch heute, wie eure Säuglinge schneller Sachen lernen können. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit jetzt eure Säuglinge schneller Sachen lernen können, müsst ihr jetzt allererstes auf euren Säugling draufklicken. Wählt dann hier oben mehr Auswahl, wählt dann hier oben freundlich, wählt dann hier Aktivitäten aus und wählt dann hier zusammen Bauchzeit verbringen. So, jetzt legt euer Sim euren Säugling auf diese Matte drauf und schon beginnt die Bauchzeit von den Zweien. Ja, und so können dann die Säuglinge schnell Sachen lernen. Ja, natürlich dauert das ein wenig, bis die Säuglinge dann die ganzen Sachen gelernt haben, aber je mehr Bauchzeit ihr verbringt, umso schneller können die Säuglinge dann lernen. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!